Hallo Deutschland, schön, dass Sie mit dabei sind. Ludmilla S. liegt in ihrem Bett, als plötzlich Polizisten ihr Haus stürmen. Ein Polizeihund rast in das Schlafzimmer und zerfleischt ihr komplettes Gesicht. Nur eine Not-OP rettet ihr Leben. Ein Fall für das Gericht sollte man meinen, aber die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren überraschend ein, spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Jetzt kämpft Ludmilla um die Wiederaufnahme. Bei einem schweren Unfall auf der A3 wird das Führerhaus eines Lkw komplett zusammengequetscht. Den beiden Insassen bleiben nur ganz wenige Zentimeter zum Überleben. Und dass sie das konnten, das haben sie wohl auch dem beeindruckenden Einsatz eines Ersthelfers zu verdanken. Es ist ein mysteriöser Fall und er wird immer skurriler. Die Journalistin Kim Wall besucht einen bekannten Tüftler auf seinem selbstgebauten U-Boot, sticht mit ihm in See und kurz darauf sinkt das Boot im Meer vor Kopenhagen. Die junge Frau verschwindet spurlos. Teile ihrer Leiche werden später gefunden. Der U-Boot-Besitzer hat jetzt ausgepackt, was an Bord passiert sein soll. In Oberbayern hat die Gemeinde Holzkirchen ihre Weide verpachtet, und zwar an eine Milchbäuerin, die logischerweise ihre Kühe dergrasen lässt. Bekannte Nebenwirkungen von Kühen sind bimmelnde Glocken um den Hals, Kuhmist und viele Fliegen. Und genau das stört jetzt den Nachbarn. Nach einem Raubüberfall maskierte Täter aufspüren. Das ist extrem schwierig. Sollte eine Maske dann aber doch mal kurz verrutschen oder sogar abgezogen werden, dann wird es minimal einfacher. Wenn dann noch Uwe Kinn dazu kommt, dann steigen die Chancen, den oder die Täter zu fassen, immens. Denn er ist Phantombildzeichner und kann anhand seiner Skizzen 3D-Bilder erstellen. Und dann ist es plötzlich so, als hätte man die Verdächtigen ganz genau vor sich. In diesem Fall hier erhofften sich die Ermittler deswegen eine schnelle Festnahme. Ja, noch mehr zu diesem und zu anderen ungelösten Kriminalfällen sehen Sie heute Abend hier bei uns, bei Aktenzeichen XY ungelöst um 20.15 Uhr. Heiter und weltoffen, so sollten die Olympischen Spiele werden. Bunt und leicht. Und dann werden sie zum kompletten Gegenteil, den Terrorspielen von München 1972. Im Olympischen Dorf werden Sportler als Geiseln genommen. Schwerbewaffnete Palästinenser fordern die Freilassung von Gefangenen in Israel. Und die Polizei, die ist absolut überfordert. Ja, und heute Mittag, 45 Jahre nach dem Attentat, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Gedenkstätte im Münchner Olympiapark eingeweiht. Der israelische Staatspräsident sagte dabei, dass die Errichtung längst überfällig war. Kartoffeln schälen mit einer Klobürste, Schuhe imprägnieren mit einer Kerze, Eier trennen mit Hilfe einer Flasche. Das alles soll möglich und vor allem einfacher sein als der herkömmliche Weg. Das sind sogenannte Lifehacks, kleine Tricks und Geheimnisse, die im Internet kursieren. Aber geht das alles wirklich? Wir testen es. Viel Spaß wünscht Ihnen das Team von Hallo Deutschland jetzt auch mit Leute heute. Wir sehen uns sehr gerne morgen wieder um 17.10 Uhr. Bis dann, tschüss. 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 Bis dann, tschüss.